Was will der hier haben? Er funktioniert. Amen. Der will so ein Emerald Ding haben. Nur sechs Emeralds? Was ist denn das? Ich habe keiner gebraucht. Ich nutze aber die Nacht und Enderperl. Hast du schon mal so eine Empowered Dingsbums hergestellt? Mit Empowered Dingsbums kann ich nichts anfangen. Ja, vielleicht mal ein. Keine Ahnung. Empowered Emerald Crystal Block. Wofür man Crystal Emeralds braucht. Achso, nein, habe ich nicht. So, der ist gesperrt mit Kohle. Schön. Muss ich mal ein bisschen Eisen durchhauen bei dem. Damit er sich wieder entsperrt. So. Jo, jetzt ist er wieder entsperrt. Kann ich gleich noch auf Kohle gehen hier. Und da ist er wieder gesperrt. Schön. Ach, weil dort dann auch das Eisen drinne liegt, Menster. Ja, gut. Ja, unter anderem war du das auch. Vorher lag da was anderes drin. Ja, das war ein Rezept für Crafting. Ja, genau. Nur das. Ja, ich habe es halt so angewöhnt. Ich habe es immer über den Tag. Hat er cool, dass es nicht mehr wird. Warum? Dann wird wiederum gemeckert, dass ich was über den Tag habe. Hehehe. Ja, aber in dem Fall ist es ja wichtig, weil du es ja benötigst. Ne, aber wenn ich das Zeug zum Craften gerade wirklich benötige, dann lasse ich es da drinne liegen. Dann nehme ich es mir immer wieder raus. Wäre ja sinnlos irgendwo. So, jetzt ist hier oben wieder Kabelstone drinne. Die Kabelstone-Kiste ist unten. Wer legt das immer da oben rein? Mein Scheiß-Wake ist... Upgraded. Äh... Das da, das sind dann noch... Wie viele Enderpellen brauchstest du eigentlich? Fick dich in Vachiers. Äh... Dann guck dir das Rezept an von dem Ding. Ich glaube, das waren vier Stück. Ja gut, zwei haben wir. Äh, wir haben hier aber auch noch irgendwie zwei in der Kiste. Ja, die meine ich. Ähm... Was brauche ich jetzt dafür, um das zu empowern? Gras, Sapling, Slime-Ball und Lime-Dye. Ja... Gras ist nicht das Problem. Saplings auch nicht. Slime-Ball im Grunde auch nicht. Aber da muss mir Darken wieder meine Madhawk wieder geben. Die ist oben in der Holzkiste. Leg ich da mal rein. Das... 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 Dann gehe ich jetzt zum Beispiel in die Slimes-Farm. Wenn wir da so eine schöne Slime-Insel bei uns haben, lohnt sich das. Also auf der vergrößerten Map sehe ich Palle nicht. Ja, auf der Vergrößerten siehst du eh keine Person mehr. Ne, ich... Du kannst äh... Umschalten, dass der... Ach so. Die Kreis mit mir Viereck... Viereckig ist, genau. Ähm... Mit... Ich habe es bei mir auf Y. Ja, ich sehe ihn bei mir auch nicht. Kann ja in eine andere Richtung gegangen sein. Vielleicht ist er in der Wüste. Da muss ich im Übrigen auch nochmal hin. Warum musst du in die Wüste? Grüne Fahrer... Also Kakteen holen. Ich brauche grün... Äh... Hellgrün? Also wenn du Skelette findest, bitte klatschen, ne? Boden wird auch benötigt. Mache hier mal schon. Gucken komme ich hier hoch... Ja... Ja... Easy... So, und hier beim Baum stack man sitzt hoch. Ach so, du musst mal die Kisten durchschauen. Boom, hier haben wir eigentlich schon viel. Oder Knochen besser gewirkt haben wir viel. Ja, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Außer wo ich mal kurz welche brauchte. So... Na, ich bringe auch gleich Slime dort mit. Oh Gott... Kann man nämlich Slime Bäume anpflanzen, ne? Hattest du nicht sowieso vor, dich auf eine Dingshof zu graben? Bin ich gerade dabei. Ach so... Ich habe schon gegessen... Oh... Grüne und blaue Slime Blöcke. Aber erst mal ausleuchten. So... Mit der Metal geht das hier gleich. Die Slime Blöcke abfarben viel schneller. Warum eigentlich? Kies geht übelst langsam, Erde geht übelst schnell, Sand geht langsam, Slime Blöcke geht schnell. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich freue mich nur darüber, dass es so ist. Warum das so ist? Mir egal. Ich denke mal so... Alle Slime Blöcke die es hier drauf gibt, werden reichen fürs Erste. Tauch runter, Alter! So... So, also der Crusher ist fertig und super effektiv. Warum? Es hört sich nicht so an, als ob er wirklich effektiv ist. Ja, was heißt sowas? Heißt effektiv? Er macht halt seinen Job gut. So wie man es machen soll. Gut, dann als erstes Kupfer durchhauen. Hab ich schon. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe 36 grüne, 28 blaue, ein pinkes Slime Ball, woher auch immer. Ja. Und jetzt heißt es ab in die Wüste. Nein! Oh, hier unten ist Slime Wasser. Fick dich. Oh. Ich hole mein Grab dann. Ich geh erst verstanden. Ja, das Wasser bounce dich wieder hoch. Oh. Und dann bin ich daneben aufgekommen. Aber egal. Ich hole mein Grab gleich. Ich gehe mal ganz schnell Kakteen fahren. Da ist ne Pinchisleife im Insel. Lauu, du 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 du, du du du! Ich bin nämlich am Spawn wieder ausgekommen, weil wir keine Betten haben. Oh, hier gibt es Wüstenpflanzen von PAMS, die nehme ich natürlich auch gleich mit. Da kommen nämlich auch einfach mal Kakteen raus. Und Kaktusfruchtsam, sehr schön. Haufen Bienenester sind hier. Das ist ein Scoop, ok. Das ist ein Lidernis, egal. Ich habe 19 Kakteen, die reichen erst einmal. Da kann man welche anbauen. Ach komm, die nehme ich auch noch mit. Was? Ach, das ist Leibstone. Der sieht hier ja eklig aus. Ich muss da hin, das sind 350 Blöcke. Das sind nicht gerade wenig. Ach, da ist Palle. Der ist nicht weit weg vom Spawn. Wenigstens die 100 Blöcke. 1, 2, 3, 4 Chunks, wenn ich das richtig sehe. Also keine 50 Blöcke. 8, ne doch, 8 Blöcke waren 1 Chunk. Ne, 16. Bei 4 Stück 16, 32, doch, ist er dann bei 64. Ach ja, ich habe gerade erzählt, dass 1 Chunk 10 Blöcke sind, ja klar. Ich sehe, wie da hinten die ganze Insel unter blauem Wasser steht. Oder übergossen ist von blauem Wasser. Ja, wir wollen auch einen Blickfang haben. Es darf nicht alles nur so kahl und trostlos sein. Die Farbe macht es nicht besser. Hättest du lieber pinkes Wasser genommen? Ich hätte überhaupt kein Wasser genommen. Wie wäre das denn? Wie wäre es, wenn ich die Insel dort oben sowieso irgendwann komplett abfarme? Pff, sie stört mich eigentlich nicht, weil sie nicht in meinem Sichtfeld ist. Die stört aufs Allgemein nicht. Aber interessant wäre es. Achso, ich muss ja nicht hochschwimmen. Ich muss ja nur an der Seite langschwimmen. Aber ich will das jetzt nochmal testen. Dass das Wasser echt ihn zurückbaut, ist mir neu. 1, 2, 3, wieso habe ich 4 Schutze? Ahhhh, Darko, deine Brustplatte wirst du nie wieder verlieren. Warum? Die hat doch Soulbound drauf. Soulbound! Ah je. Aber die kann ich ausziehen. Die geht irgendwann wieder kaputt. Ja und ich kann sie ausziehen. Und das Wasser bounced eigentlich zurück. Seltsam. Äh, wie ist was ich gemacht habe? Äh, da, 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 genau. Oh, was ist das? Chorsoup. Noch eins und ich kann... Scheiße. Ich hätte einen Baum anpflanzen können für uns. Äh, ach ne, hier ein Slash. Warum geht doch einfacher. Ja. Also das will ich jetzt in der Aufnahme hier noch fertig kriegen, ne. Endemens, wo seid ihr? Das da, das da. Gras, hellgrün. Acht. Ne, das muss raus. Das kann da rein. Das und das. Äh. Okay. Ach, das, hm. So. So. Oder andersrum. Hä? Äh, wo haben wir sie denn, wo haben wir sie denn, wo haben wir sie denn? Ja, das ist ja okay. Aber, hä? Oh, wow. Die haben die Slimeboots deaktiviert. Die kannst du gar nicht bauen. Ist doch ne Quest. Ne, das ist die Slingshot. Ach so. Aber selbst da kannst du dir eine andere bauen. Aber selbst da kannst du dir eine andere bauen. Da ist das halt so. Das ist ja kacke. Aber das witzige ist, es zählt auch wirklich nur die grüne Slingshot. Du kannst ne Pinke, ne Blaue, ne Orangene machen. Das ist scheißegal. Du brauchst ne fucking grüne. So, jetzt kriegst du auch deine Enderperlen da raus. War das nicht so? Ich hab z.B. gerade bekommen aus dem Enderman. Ja, und ne Trophäe. Ja. Und aus der Trophäe kriegst du ja auch nochmal Enderperlen, glaube ich, raus. In regelmäßigen Abständen. Kriege ich? Ich glaube. Aus der Hühnertrophäe kriegst du doch auch. Ja, das ist nur bei denen. Sonst wär ja bei Steampunk der ganze Minenshot immer voll mit dem Zeug gewesen. Einfach testen. Da hatte ich ja auch die ganzen. Ja. Aber Glück 3 auf dem Rapier rockt. Wie viel Gras hab ich jetzt? 16, das reicht. Und du kannst dann komischen Repairer weiter bauen. Nee. Fehlt dir da nicht nur noch das? Da fehlt dir noch einiges, Darko. Achso. Hellgrün. 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 Ähm. So 16 Stück. Genau. Recht. Dann. Ich brauche. Hier ist das Ding jetzt komplett. Tree Fluid. Ich brauche dafür Gras, Saplings, Grüne Farbe, Slime Balls. Also Slime Balls, Gras, Saplings, die Farbe und diese Kostalle. Dann. Dann das. Das. Kann man einen Cobalt crushen? Was? Äh. 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 Keine Ahnung. Guck einfach mal, ob es dieses Puder daraus gibt. Ach, ich weiß, was deine Fähigkeit war. Ganz ehrlich, ich baue mir jetzt Holzoper. Rechtsklicke mal. Warte mal, ich muss mir erstmal Holzoper bauen. Wenn ich Platz hätte. Äh. Das war vier Hoppa. Äh, ja. Das heißt, vier Kisten. Die Hammer. Die Hammer. Die Hammer. Ah. Ich weiß, das ist schon jetzt. Achso. Bup. Bup, 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 bup. So, du musst reichen. Jo. Ja, das muss von oben kommen. Können gleich wieder. Ja. So, das da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Und so. Das geht doch viel einfacher. Das geht doch viel einfacher hier. Das geht doch viel einfacher. Ja. Die zweiteile Hammer. Das da rein. Dann brauche ich ein Copper-Hardinet-Clay-Dingsbums. Zwei Copper-Dinger. Ein Clay-Block. Aber zwei Stück da. Dann... Invagir. Und drei Holz-Locks. Drei Holz-Locks haben wir hier noch. Invagir und Interactive Circuit Board. Haben wir nicht mehr. Vier. Redstone und Gold. Eins, zwei, drei. Vier. 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 Eisen und Nickel. Nickel. Zwei Eisen, ein Nickel waren das. Nicht durchbrennen. Ich habe gleich mal Eisen mit reingehauen, dass wir die Video machen können. Da gucken. Weiß ich noch nicht wofür, aber okay. Ich brauche Iridium Gears für die eene Quest. Okay. Boah, was ist denn hier los, ey? Was verbraucht denn gerade so viel Energie? Ach, der Crusher wird noch aufgefüllt. Machen wir mal ganz kurz das. Das geht trotzdem nicht mehr, weil hier der Kohlegenerator hast du gerade abgekappt. Habe ich gar nicht. Es ist trotzdem ein Witz. Drei Block Inva und drei Ingots. Ich brauche zwei Stück davon. Ich brauche zwei Stück davon. Ich brauche zwei Stück davon. Hm. Ach, falls du einen Iron Gear brauchst, hier ist noch eins unten in der Kiste bei der Schmelze. Die Brücke. So, jetzt kann man das doch noch anmachen. Das ist auch fertig. Jetzt können wir das hier wieder umlegen. Ich brauche zwei Dinge. Der Kohlegenerator ist doch nicht teuer, Darko. Äh, keine Ahnung. Ja, ne, nicht mehr. Der hat ja Gold gekostet in Massen. Baut mal bitte noch zwei Stück, dass du hier und hier noch einen hinsetzen tust. Wo, also neben den und schräg daneben. Mache ich gleich, wenn du mir kurz was abnimmst. Inwiefern? Mia, ich habe sie dir zugeworfen, daraus drei Empowered Diamonds zu machen. Äh, haben wir hier oben keine mehr drinne? Ne. Ich wusste nicht mal, dass da deine Kiste ist für Überschüssiges. Ich mache das ja immer genau passend. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, ja. Darko setzt mich einen Holzlock davor. Wenn du einen hast. Nö. Der stellt jetzt Flüssigkeiten her. Der stellt jetzt Flüssigkeiten her. Wir haben keinen Leuten mehr. So, cool, Generator. Ähm. Empowered. A4, A3. Gucken wir mal schnell hier. Clay, Clay, Clay Block. Ja. Was? Hast du inwiefern absichtlich gemacht? Ja. Ich brauchte noch inwiefern Cheers. Ich dachte nur grad, dass sich das aus Versehen vermischt hat. Darum. Ne, ne, das war ich. So, Farbe. So, Farbe. Clay, Clay. Clay Block. Und ab geht der Brutzler. Du brauchst die Empowered Diamond Crystals. Jep. Jep. Nicht, dass ich jetzt die falschen mache. Ähm. Wenn ich blend. Was tust du? Aluminium. Danke. Ähm. Hier. 21 Roherz. Ja. Ich dachte wir hätten noch Barren. Ich glaub nicht. So und voll. Aber warte mal. Ich hab doch hier eine Quest erledigt. Clay, da haben wir Latex. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.